So, Aufgabe 8, Schreiben für PKWs. Ein Betrieb stellt Scheiben für PKWs, Frontscheiben und Heckscheiben für PKWs her. Okay. A. In der nachstellenden Abbildung sind der Graph der Kostenfunktion K und der Graph der quadratischen Erlösfunktion E für Frontscheiben eines bestimmten Tipps dargestellt. Erstens stellen Sie eine Gleichung der quadratischen Erlösfunktion E auf und stellen Sie zweitens eine Gleichung der zugänglichen Preisfunktion der Nachfrage auf. Okay. Das können wir mit der Preisfunktion anfangen. Wenn die Erlösfunktion, wie man es hier sieht, eine Parabel ist, wunderschön, von 0 bis 180 und bei 90 haben wir den Hochpunkt, dann schreiben wir einmal die T von X auf, die Preisfunktion. Das ist einfach eine lineare Funktion. K mal X plus B. Und dann ist die Erlösfunktion gleich die Preisfunktion mal X. Also ist das dann ein X immer dazu. K mal X Quadrat plus B mal X. Man kann natürlich das mit AX Quadrat plus BX nennen. Aber die Buchstaben sind ja immer egal in der Mathematik. Und jetzt brauchen wir nur noch zwei Gleichungen. Ja, wenn man es also eintippt, kann man also hier wieder ein Doppelpunkt ist gleich machen bei Georg Gebra. Und dann muss ich noch eintippen. E von 0 ist gleich 0 und E von 90, das ist der Hochpunkt, ist gleich 1200. Moment, E von 0 ist 0, das ist logisch. Nein, das bringt uns nichts. E von 180 ist gleich 0. Also nehmen wir stattdem E von 180 ist gleich 0. E von 0 ist 0, ist automatisch, wenn hier keine Konstante mehr da ist. Also das dürfte man nicht nehmen, sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. Also E von 180 ist 0 und E von 90 ist 1200. Wenn wir das entsprechend eintippen in Georg Gebra, was passiert dann? Dann haben wir K gleich minus 0, also schreiben wir es gleich auf, was dann rauskommt. E von x ist gleich minus 4 27. x² plus 80 Drittel x. Und natürlich ist dann die Preisfunktion 1x weniger, also minus 4 27. x² plus 80 Drittel. Okay, das sind also unsere zwei Funktionen, die wir hier brauchen. Passt. So, die dritte Aufgabe ist, lesen Sie aus der oberen Abbildung die Gewinnzone ab. Naja, wo ist die Gewinnfunktion? Die Gewinnfunktion ist ja dann Erlös minus Kosten. Und an den Stellen, wo Erlös und Kosten gleich sich schneiden, dort ist also die Gewinnfunktion 0. Das sind also auch die Grenzen der Gewinnzone. Das heißt, die Schnittpunkte sind bei x gleich 40 und bei x gleich, wenn man schaut, 90, 95. Circa 40 zu 95. Also drittens, das Intervall ist 40 Strichpunkt 95. Was hier gesucht ist. Was hier gesucht ist.